Ich habe vor siebeneinhalb Jahren meinen Blog gestartet, eigentlich ohne Kalkül. Damals, 2010, hatte ich natürlich überhaupt keinen blassen Schimmer davon, dass das dann mein Beruf wird. Das Fahrrad passt natürlich super zu meinen Themen, weil es ist ein nachhaltiges Fortbewegungsmittel. Es ist ein Fortbewegungsmittel, das uns mit unserer Umwelt und unserer Natur näher zusammenbringt und es ist auch ein Fortbewegungsmittel, das unserem Körper gut tut. Für mich ist es total praktisch mit dem Rad einkaufen zu gehen, weil ich habe sozusagen meinen Einkaufskorb direkt bei mir und am Rad befestigt und kann das dann gemütlich nach Hause schieben oder fahren. Entschleunigung ist natürlich in meinem sehr schnellen Leben ein sehr großes Thema und hat für mich eigentlich die letzten Jahre Meditation und Yoga eine sehr große Rolle gespielt oder angefangen eine Rolle zu spielen. Aber auch wirklich bewusst Zeit ohne Handy zu verbringen, wirklich bewusst offline zu sein. Und was mich immer besonders entschleunigt ist Zeit mit meiner Oma zu verbringen, weil da ticken die Uhren einfach langsamer und da muss man langsamer treten. Ich bin Maddie von Daria Daria und warum fährst du nicht? Ich lese documentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020